ich wünsche euch also herzlich willkommen zurück zu einem kleinen indio game wir spielen jetzt dark nightmare gibt es gratis auf itch.io und ich bin mal gespannt ob das mal wieder so ein spiel ist oder ob es eine kleine überraschung ist wir werden es sehen hier ist auf jeden fall eine nette dame die uns begrüßt für diese haustür okay best run keine artefakte gesammelt und nicht entkommen okay ja das kann ja auch vielleicht nicht mehr how to play mal ansehen sollen was meine birne verdeckt na gut alle sechs artefakte sammeln und dann zu deinem auto zurückkehren um zu gewinnen okay was warum ist das so groß hier hier ist auf jeden fall mein auto würde ich mal sagen ja du musst alle artefakte sammeln bevor du gehen kannst na gut ich kann mich sogar ducken äh mädel 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 okay alles klar du kein bock auf was romantisches hier heute abend kann ich rennen okay scheinbar ist sie nicht sehr schnell und wir hören sie wenn sie lacht also dann kommt sie näher das ist gut da hinten ist was könnte ein artefakt sein es ist ein ring sehr gut ich denke mal wir müssen einfach immer zu diesen leuchtdingern rennen dann nächste das nächste leuchtding wäre dann dieser rote baum da vorne ich weiß nicht wie lange das spiel ist aber ich merke ich kann ich kann nicht sehr schnell rennen oh ich kann sogar die tasche lampe an und aus machen was ein glück ja ich kann genau drei schritte rennen und dann ist mein stamina leer okay dahinten ist aber auch noch was da ist was und da ist was also würde ich sagen so 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 und dann noch dahin nur nicht gegen den baum rennen nur nicht gegen den baum rennen ist das ein grab oder so ein grab mit einem zettel drin ah selbstmordnachricht aufgesammelt gehen wir mal dahin und dann dahin und dann dahin zwei drei vier fünf und dann da vorne sechs okay sollte ja nicht allzu schwer sein oh mädel ok wenn ich normal laufe sollte sie uns eigentlich nicht kriegen ich hoffe es kommen nicht noch mehr von der hier hin die spawnt einfach so ich kriege ja einen herzinfarkt ey ah ein haus mal sehen welches artefakt wir hier finden ich vermute mir wird das nicht ganz so einfach werden möglicherweise fehlt irgendwas vielleicht liegt es aber auch da auf dem tisch hallo oh wir müssen bestimmt ins haus rein aha oh ich kenne das haus oder tatsächlich ja doch ich kenne das haus wir haben es tatsächlich erst kürzlich gespielt aber wo könnte hier das artefakt sein das da äh wie hieß denn das spiel nochmal ich weiß es nicht mehr aber es ist definitiv das haus nur wo ist das artefakt vielleicht oben die lachende dame darf allerdings nicht vorbeikommen ok vielleicht leuchtet das artefakt das könnte ja alles sein nicht wahr ich mach erstmal die tür zu oh doch doch wir können doch hoch das war mit diesem äh wo wir die videos angucken mussten wie hieß das denn nochmal wo wir das ritual gemacht haben oh warte nein doch Gott ich hasse diese häuser wahrscheinlich ist es dann doch auf dem dachboden das sah aber ganz anders aus das haus viel größer wir müssen bestimmt auf dem dachboden wir müssen bestimmt auf dem dachboden es ist einfach genau das haus da leuchtet aber was ok was haben wir hier ein o messer ok ein blutiges ein messer ah sie wartet sehr nett wir müssen noch dahin wir müssen noch dahin wirst du wohl den ersten run schaffen das wäre so mal gemein wenn nicht was ist denn das da ein ein bunker oder so sie wartet bestimmt auch vor der tür hier ist ein bunker bunker ok pillen antidepressiva ok wir waren da wir waren beim baum wir gehen wir mal da hinten hin die olle macht mir tatsächlich angst geht hier mal schneller ich weiß es nicht ich sollte es nicht riskieren ok da ist das haus irgendwo da hinten muss noch was sein und dann da links genau dann müssten wir eigentlich alles haben hoffe ich zumindest sie ist weit weit weg das ist jetzt spiel wo ich hier ordentlich fersengeck kriege du ok da hinten 4 5 6 genau 6 müssen wir kriegen was ist das hart wohnwagen oder sowas eine kinder krippe ja gut das muss ich nehmen ok kinder kinderspielzeug spielzeug so jetzt noch dahin und dann zurück zum auto da brennt glaube ich was kann das sein die lachende lady haben wir glaube ich abgehängt so weit so gut ist doch witzig dass wir zurück zum auto müssen wo sind wir überhaupt warum müssen wir die dinge einsammeln das ergibt keinen sinn das spiel wurde mir als recht gut verkauft auf als auf ich na gut ok was haben wir hier was ok klappstühle ha wenn arafat kein fahrrad hat hat abdull keinen klappstuhl ok eine blume zur hochzeit ab zum auto es muss irgendwo da stehen geh zurück zum auto oh sie ist schnell sie ist schneller als sonst kann ich nur hoffen dass das rennen was bringt wir sind gleich da wir haben es gleich geschafft du hast den albtraum überlebt diesmal ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020